So Leute, da sind wir beim nächsten Review. Ihr seht schon oben in der Beschreibung, ich habe das Drake Bundle für euch. Ich habe jetzt sehr, sehr, sehr lange auf ganz vielen Social Media Plattformen darüber ein bisschen rumgeweint, dass ich gerne dieses Bundle hier hätte. Ich lege das mal ein bisschen in die Kamera, das ist größer als mein normaler Aufnahmebereich. So, ich habe da ein bisschen drüber rumgeweint und die lieben Leute von Keep7 haben sich erbarmt und haben mir ein Angebot gemacht, das ich nicht abschlagen konnte, um das Ding hier mal zu reviewen. Dementsprechend, sowas hier ist für mich Gold wert, weil überall geht Geld raus. Wenn ihr noch Geld zum rausgeben habt, guckt mal beim Keep7 Store, die sind wirklich super lieb, super nett, machen gute Preise, könnt ihr immer wieder gerne reingucken. Die sind wirklich cool drauf und nur durch die ist das hier so ein bisschen zustande gekommen. Wobei, nicht nur durch die, auch durch meine Patrons. Vielen, vielen, vielen Dank an alle von euch. Und worüber ich mich freue, ist, dieses Drake Bundle endlich mit in Hand zu haben. Denn das erste Mal, dass ich das Drake Bundle gesehen hatte, war, boah, ich kann es gar nicht sagen. Ist länger her, weil ich durfte es sehen bei Ultimate Guard in ihrem, naja, nicht Store, aber halt in ihrem Headquarter, wo ich zu Besuch war. Das Video dürftet ihr auch hier irgendwo mal aufploppen sehen. Und da durfte ich das schon sehen. Aber ich durfte nichts sagen, weil das noch nicht existiert hat. Und seitdem habe ich Ultimate Guard genervt, dass ich das kriege. Traurig. Deshalb, vielen, vielen Dank, Keep7, nochmal an euch. Guckt nach dem Video, könnt ihr gucken, unten in der Beschreibung ist auch der Link zum Shop. Und wir gucken uns das jetzt an. Ihr habt nämlich, wenn ihr es öffnet, dieses doch sehr wunderschöne Aufklappgefühl. Ihr habt hier eine sehr, sehr hübsche Box. Hier oben noch. Überall steht natürlich Ultimate Guard drauf. Und hier hinten so ein bisschen was mit Deutsch, Español, Francois und Italiano. Und ja, wir gucken da jetzt mal rein. Ich öffne das mal sehr vorsichtig. Und wir gucken mal. Ah, da sind schon, ah, okay, I see. Ah, I see. Okay, hier sind Boulder. Und zwar zwei Stück. Die tun wir mal beiseite. Und dann tue ich das beiseite. Und dann gucken wir uns die Boulder an. Bei den Boulder handelt es sich um zwei Boulder. Das ist so ein beige, wunderschön. Und ja, ganz normale Boulder-Qualität. Oben mit so einem schwarz. Und dem schönen Symbol hier drauf. Der rote auch hier mit dem Symbol drauf. Hier unten haben die alle diesen Angriffspunkt. Und ich bin mir nicht sicher, das wirkt nach normalem Plastik und nicht das Return-to-Earth-Case. Aber es sind hunderter Boulder. In extrem schöner Qualität mit schönem Symbol drauf. Sind ganz nett. Und das Drick-Bundle dreht sich ja viel um die. Da kommen wir später noch zu. Als nächstes haben wir die Playmat. Bei der Playmat sieht es so aus, dass wir eine, meiner Meinung nach, sehr, sehr hübsche Playmat haben. Mit folgendem Artwork. Oh, hier muss die... Hat nicht genug Platz im Studio. Das ist ja grausam. Das ist sehr, sehr hübsch. Vor allem, was ich ganz cool finde, ist, dass es hier rechts so ein bisschen mehr Platz heißt. Das heißt, immer so Deck und so weiter hat man hier. Normal ist es dann so, dann verdeckt man das halbe Artwork. Hierbei verdeckt man es eben nicht, weil es mehr links zentriert ist. Was ich tatsächlich gut finde, wo ich ja auch beim Aufnahmen... Ihr seht, der ist es nicht in der Mitte, weil sonst würde ich den halb verdecken. Und deswegen mag ich solche Playmatts, die halt nicht ganz zentral sind. Sehr. Sehr hübsches Artwork. Sieht man ja überall mit dem Duik-Bundle verbandelt. Und ja, ist ganz nett. Qualität, naja, also wie man es von Ultimate Guard kennt, die Playmatts sind okayisch. Was will man da Playmatts schon schlecht machen? Der Rand ist sehr unsauber. Muss ich leider sagen. Ich bin ja ein Fan von Stitch-Strendern. Es gibt viele da draußen, die die Stitch-Strendern echt doof finden. Ich liebe Stitch-Strendern und ja, das ist so ein Hammer-Ei-Ding. Man kann es keinem recht machen. Deswegen, Ultimate Guard geht den Weg ohne Stitch-Edges. Ich hätte gerne Stitch-Edges. Dann haben wir so ein komisches zum Draufsetzen und dann das Herzstück. Dieses Duik-Bundles ist nämlich der Archive. Dieser doch sehr... Ups. Hübscher Archive, den ich hier vielleicht rauskriege. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. In einem Rot-Braun irgendwas mit verschiedensten Symbolen drauf. Hier so ein Würfel, hier so ein Dragon Ball, so ein Vault, so ein Play Space. Ja, auch hier ein bisschen qualitativ schlechter. Also gerade beim Einknicken sieht man hier so, dass es hier sich so ein bisschen löst. Ich habe hier deshalb keinen bekommen. Und hier im Head haben wir auch nochmal dieses Symbol. Auch hier ein bisschen eingelassen. Sehr hübsch. Man sieht, es glänzt richtig. Das ist richtig krass. Thank You und so ein Silizium-Pack. Wichtig. Bestes Zeug. Ein braunes Inlay mit... Es ist ein bisschen was anderes wie dieses Xenoskin. Das Xenoskin außen wirkt relativ... Ja, es ist ein bisschen anders schon noch. Und das Innendrin das Material wirkt ganz anders. Hier vorne sehen wir noch Klebe-Reste und Spuren. Hm. Hier oben auch. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin leider wirklich ein bisschen enttäuscht. Die Fransen sind auch immer unschön. Ja, sowas passiert. Aber es ist halt echt auch immer unschön, wenn sowas da ist. Vor allem bei so einem teuren Produkt. Das Produkt kostet normalerweise... OVP ist, glaube ich, 100 Euro. Die zwei Boulder, diese Box und die Playmat. Und das ist nicht gut. Zumindest nicht bei der Qualität. Das ist ja bitter. Das ist wirklich bitter. Gefällt mir gar nicht. Gucken wir uns die anderen Boulder. Denn Ultimate Guard gibt ja nicht nur diese zwei Boulder, die sie dabei geben. Sondern es gibt auch noch andere Boulder in anderen Farben. Die habe ich mir auch besorgt. Dementsprechend gucken wir uns die auch mal an. Wir haben den in Blau mit so einem blauen Symbol. Ich werde die jetzt nicht alle aufmachen. Weil, naja... Die sind alle gleich. Der einzige Unterschied ist die Farbe und hier oben das Symbol. Und ich wollte euch jetzt mal einfach mal alle zeigen. Dann haben wir noch so ein Orange, so ein Gelb, ein Lila, ein Helllila, ein Grün mit einem Baum und ein Hellrosa. Das sind die sechs Farben. In den Hive, das ist ganz mal auf, in den Superhive passen auch insgesamt acht Boulder rein. Dementsprechend passt genau diese acht Boulder mit acht verschiedenen Symbolen rein. Und zwar werden die so da reingestellt. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Wenn man jetzt von oben drauf guckt, was sie ja tut, ist das weg. Auch die Farbe, ich versuche mal was, Sekunde. Seht ihr das mit der Farbe? Auch die Farbe ist verschwunden. Wir können ihn ja mal anders drum setzen. Wenn wir ihn jetzt so rum reinsetzen, also mit dem Symbol nach innen, haben wir keine Ahnung mehr, was das für ein Boulder ist. Deshalb muss man auf jeden Fall das Symbol nach außen machen. Und dann sieht man das so obendrauf. Obendrauf hätte voll Sinn gemacht. Oh mein Gott, hätte obendrauf Sinn gemacht. Obendrauf hätte so viel Sinn gemacht. Warum hat man das nicht obendrauf gemacht? Und ja, also vorne, das ist hübsch, wenn es so steht und so. Ist echt hübsch. Für Marketing bestimmt gut. Aber für, für Use Cases, für das, wo, wo sie, ja. Obendrauf, für solche Cases. Ja, man kann es seitlich sehen, wenn man seitlich reinguckt und so weiter. Aber wenn ich jetzt in der zweiten Reihe gucke, dann kann ich es schon wieder nicht sehen. Da muss ich komplett aufdenken, muss den Hive so komisch rumdrehen, um auf der Seite was zu sehen. Was für ein Bullshit. Also, hm. Also ich bin nicht begeistert, wie ihr merkt. Und bin ein bisschen froh, dass ich nicht den vollen Preis bezahlt habe. Auch wenn ich einen Preis bezahlt habe. Ihr kennt meine Reviews. Ich bin ehrlich. Und ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden, warum Ultimate Guard mir das nicht zuschicken wollte. Das letzte Mal habe ich so ein Video zu dem hier gemacht. Dem coolen Treasure Hive. Der für nichts nötig zu gebrauchen ist. Und hier fehlen einfach, da fehlen einfach Gedanken. Also, wie gesagt, es ist wunderschön. Die Boxen sehen einzeln echt cool aus. Aber dann hätte man doch oben auch noch irgendwas draufdrucken können. Das Symbol irgendwie so oben und unten oder so. Oder halt irgendwas. Ich kann sie jetzt so rum reinstellen, damit ich weiß, welche Farben ich habe. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Wenn ihr das Produkt gut findet, kauft es euch. Habt Spaß damit. Wenn ihr einfach eine coole Box haben wollt mit wirklich coolen Bouldern. Kauft euch einen normalen Super Hive oder irgendeinen anderen Hersteller, der da Boxen für hat. Und packt da Bouldern oder irgendwas anderes, wie auch immer der andere Hersteller sie nennt, rein. Hier fehlt so der letzte Schritt Gehirnschmalz am Ende. Ohne jemanden bleidigen zu wollen. Bitte, bitte seht das nicht als bleidigen an. Jedes Mal, wenn ich so ein Video raushau, steht irgendwo in den Kommentaren. Oh, Blacky hatet Ultimate Guard. Nein, tue ich nicht. Ich liebe Ultimate Guard. Ich finde die Leute großartig, die da arbeiten. Ich bin auf jedem Event, bin ich, keine Ahnung, 20 Stunden am Ultimate Guard stand, weil ich die Leute so liebe, die da arbeiten. Und zwar alle. Und ich habe da wirklich Spaß bei. Und ich helfe auch gerne. In Prag habe ich denen so ein Kabel geliehen, damit die überhaupt was machen konnten. Super Leute. Gute Leute. Aber hier, ich revue das ja nicht für die. Ich revue das ja für euch. Und da muss ich sagen, kauft euch normale Bouldern in anderen Farben. Dann wisst ihr wenigstens, welche Farbe. Dann wisst ihr, rosa ist das, rot ist das, blau ist das. Dann habt ihr wenigstens Ahnung davon. Wenn ihr Bouldern kaufen wollt, oder irgendwas kaufen wollt, guckt mal bitte beim Keep7Shop vorbei. Wie gesagt, die haben sehr, sehr cool mir das so ein bisschen zur Verfügung gestellt, beziehungsweise das günstiger gemacht, dass ich es euch revueen konnte. Und ja, wenn ihr weiterhin mit solchen Videos, wenn ihr die gut fandet und so weiter und so fort, Daumen nach oben, abonnieren, unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr das cool fand oder nicht. Das hilft mir alles. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.